Hallo, nicht erschrecken, ich bin's bloß, Alex Poruka und wir blicken nochmals zurück auf 62 Sendungen im Newslife-Sommer-Spezial. Am 19. August werden wir dann pünktlich um 8 Uhr live wieder senden. Das Konzept bei Newslife ist einfach. Ein Moderator, zwei oder drei Gäste im Studio, jeder kann sagen, was er will. Und wir gehen auf Ihre Kommentare ein, die das Gold jeder Sendung sind. Und wenn wir schon mal bei den Gästen sind, einer, der immer wieder glänzte und für Stimmung sorgte, war Peter Harne. Der Bestseller-Autor bestach durch Spitzfindigkeit, Humor und ging mit denen hart ins Gericht, die auf ganzer Linie versagt haben. Er meinte immer die Ampelregierung und ihre miserable Arbeit. Hier sehen Sie nochmal ein paar Kostproben. Viel Vergnügen. Wir begrüßen im Studio ZDF-Legende Peter Harne. Guten Morgen, Herr Harne. Grüß Sie. Ja, guten Morgen Ihnen allen, die uns jetzt zuhören. Und lieber Alex Puroka und Julian Reichelt. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Ja, Newsreporter Julian Reichelt auch am Start. Herr Harne, Sie haben ihn gleich professionell natürlich angesagt. Was konnten wir anderes erwarten? Und jetzt habe ich gleich mal eine ganz persönliche Frage an Sie, Herr Harne. Ich habe mich mal umgeschaut, als ich hier den Sender betreten habe. Und ich habe mich gewundert, dass ich Ihr Pferd nicht gesehen habe. Das muss ich erst mal nachdenken. Ja, das ist ja klar. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Also, da wir ja hier nichts anderes machen als die Wahrheit bei News Aktuell, brauche ich ein Pferd mit mindestens 550 PS. Das habe ich auch. Und der Witz ist, es wird von immer mehr Leuten gefüttert. Die finden das ganz toll. Und die sagen, du brauchst eigentlich gar kein Pferd mehr, weil wir finden das gut, was du sagst. Aber das ist ja toll. Die immer mehr füttern uns. Also, das ist sowas wie ihre Einschaltquoten. Die steigen explosionsartig nach oben. Ja, und das ärgert die, die Wahrheit nicht vertragen können. Ich bin ja noch so von alter Schule, deswegen zeige ich das mal ganz schnell. Das sind meine elf Zeitungen, die ich jeden Morgen vor der Tür habe. Ich liebe Druckerschwärze und so weiter. Ich habe die eben zitierte Schlagzeile mit der Zerreißprobe, das heißt Abbau der Subventionen, ist für mich an sich wichtig, weil es wird wieder bei den Falschen eingespart. Da bin ich mir völlig sicher, die Bauern kriegen wieder nichts mehr. Und alle Leute, die wirklich was brauchen, kriegen nichts mehr. Jetzt sind meine Vorschläge, wir wollen ja konstruktiv sein. Es wird ja immer gesagt, ja, sie kritisieren nur. Wo sind denn ihre Lösungsvorschläge? Also, 300.000 Euro im Jahr für Maskenbildner für Frau Baerbock. Ich habe ein ganzes Kapitel dazu in meinem Buch. Wahnsinn, was da alles ausgegeben wird. Brauchen wir das? Steffi Lemke, da sollte man Umweltministerin ganz schnell die Reisekosten einsparen. Wo die hinfährt, gibt es nur verbrannte Erde. Wir kriegen doch jetzt 20.000 Elefanten geschickt, weil die so blöd war, in Afrika falsch zu verhandeln. Reisekosten schreiten. Brauchen wir Fahrradwege in Peru? Nein, vor deutschem Geld. Gender Toiletten auf Bahnhöfen? Großes Programm. Brauchen wir das? Nein. Dann die Zuschüsse für antisemitische Veranstaltungen. Wie Berlinale und Dokumenta von Claudia Roth. Brauchen wir das? Brauchen wir Claudia Roth? Ja, das sowieso. Sparen wir auch viel Geld. Und dann jetzt özte mir, der Landwirtschafts- und Ernährungsminister, will jetzt mit Staatsrezepten die Industrie auffordern, neue Produkte herzustellen. Also der Staat stellt fest, was wir, nicht nur was wir essen dürfen, sondern was die produzieren dürfen. Das brauchen wir alles nicht und haben Milliarden gespart. Ich habe lange im Saarland gearbeitet, vor 50 Jahren da angefangen, übrigens mit einem Format, wie ihr das jetzt hier macht. Einfach toll. Danke. Und da gibt es den Palast der sozialen Gerechtigkeit, wie man es nennt. Da wohnen Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, weit weg von der übrigen Zivilisation, in einer Villa, hinter einer Mauer. Also das heißt, die Parallelgesellschaft ist auch bei ihr angelegt. Ich habe sie mal versucht aufs Kreuz zu legen, indem ich gesagt habe, sagen Sie mal, Sie fahren extra nach Straßburg, um da Hummer zu essen. Da sagt die mir, wie aus der Pistole geschossen, mein Programm ist, dass jeder Hummer essen darf. Also die Frau ist einfach geschickt. Wir wissen aber auch alle, wo Hummer für alle hinführt. Ja, also es ist doch Wahnsinn. Es ist die Parallelgesellschaft, die sie anspricht, die es wirklich gibt. Und was mich mehr aufregt, es ist nicht nur die Parallelgesellschaft mit Politikern, sondern auch mit Journalisten. Das heißt, wir haben eine Parallelgesellschaft, wo Journalisten und Politiker in einem Raum leben. Die schicken ihre Kinder zu Internaten nach London, in die Schweiz oder in die evangelische katholische Schule. Deswegen sage ich ja, das würde ich jetzt Sarah denn sagen. Sie müsste doch jetzt sagen, Peter Hane hat gesagt, immer schon, man muss Politiker und Journalisten zwingen, ihre Kinder in Brennpunktschulen zu schicken. Dann wären die Grenzen sofort zu. Sie können nur das finanzieren, was sie wollen. Das heißt, es kann nur ein System geben, dass der, der ARD und ZDF konsumiert, das kann man ja einfach kontrollieren, wer es anschaltet, dass der bezahlen muss. Es ist ein Unding, dass alle, inzwischen sind es ja wirklich alle, für etwas bezahlen müssen, was 40, mindestens 40 Prozent der Bürger schon gar nicht mehr sehen. Und das ist das Problem. Es ist so ungeheuerlich und ich kann nur hoffen, dass alle das erkennen, weil jetzt wird das langsam überdreht. Es gab früher die klammheimliche Freude, da hat man es nicht offen gesagt. Jetzt, das ist doch ein Irrsinn. Das heißt, man kann auch nächstens sagen, es regnet zu wenig, da ist die AfD dran schuld. Und mein Stuhlgang funktioniert nicht mehr so richtig, da ist die AfD auch dran schuld. Es ist ja lächerlich. Aber in einem hat Habeck natürlich recht. Das ist eine Binsenweisheit. Aus Worte folgen Taten. Und da kann ich nur sagen, Herr Steinmeier, Staatsoberhaupt, nennt AfD-Wähler Ratten, die auf Rattenfänger reinfallen. Herr Söder nennt sie Parasiten. Und diese Dame, diese Waffenlobbyistin, die uns da von diesen Plakaten drohend anguckt, spricht von einem Haufen brauner Scheiße. Das heißt, es werden Menschen in diesem Land mit der Sprache der Nazis als Ungeziefer bezeichnet, als Tiere bezeichnet. Wir vergiften inzwischen, und da muss jeder, dem an unserer Gesellschaft und an der Menschlichkeit gelegen ist, aufschreien, egal wie er politisch denkt. Wir vergiften inzwischen das politische und gesellschaftliche Klima in einer Weise, wie es noch nie dagewesen ist. Aber behaupten das Gegenteil. Ich sage mal noch nie, die Demokraten zu sein. Sie bekämpfen, sie wollen die Demokratie retten mit Mitteln der Diktatur. Das ist doch das Problem heute. Was wir erleben, ist eine Meinungsdiktatur, die so weit geht, dass auch Menschen verachtet werden. Das ist eine Grenzüberschreitung. Und das werden wir. Wir werden nicht nur diese irre Politik mit hohen Schulden unsere Kinder und Enkel teuer bezahlen müssen, sondern wir werden auch das Klima unserer Gesellschaft nachhaltig vergiften. Ja, natürlich. Ich komme aus der Nähe von Bad Oeynhausen. Dort war die Abiturientenfeier des Ratsgymnasiums, an dem ich mein Abitur gemacht habe. Und jetzt könnte ich heulen, wenn ich sehe, dass da jemand brutal, grundlos, geschlagen, niedergeschlagen, getreten. Es waren ja keine Messer. Ganz furchtbar. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so oft mit meinen Eltern, das war früher Pflicht, durch den Bad Oeynhauser Kurpark gegangen. Ich kenne den Tatort. Ich weiß, dass man da früher total sicher war. Da gingen die Omas spazieren. Da konnte man auch nachts durchgehen. Der Jordansprudel, ganz bekannt, der dort entspringt. Und jetzt gehen da zwei Jungs, die von der Abiturientenfeier kommen, die dort in Oeynhausen stattgefunden hat, 19 und 20 Jahre und werden von dieser Horde angegriffen. Der eine liegt jetzt hirntot. Und da kann ich nur sagen, diese Eltern, das sind übrigens Griechischstämmige, aus einer wunderbaren Familie, vier, fünf Kinder, die sehen jetzt diese nackte Gewalt in Deutschland. Und für mich geht durch den Kopf A, für diese Familie zu spenden. Nios hat ja das Spendenkonto veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite, sind wir denn überhaupt noch sicher? Wir haben jetzt für alles Polizei. Wir haben eine Sprachpolizei, eine Gesinnungspolizei, eine Meinungspolizei, eine Essenspolizei, eine Heizungspolizei. Wir haben für alles Polizei, aber nicht mehr für die Sicherheit der Leute. Wo sind die Innenminister? Auch der Länder. Wo ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen? Denn warum wird die Polizei nicht stärker eingesetzt? Aber dieser Fall ist für mich so erschütternd. Ich denke an meine Schulzeit zurück. Neun Jahre an dieser Schule, Abitur gemacht. Und dann, es hätte zeitversetzt ja uns, mich treffen können. Ich bin fassungslos. Naja, als nächste Stufe könnte jetzt noch an die Steinigung kommen. Dass man nicht mehr sich traut an einer Baustelle vorbei, wo Steine liegen. Dass man da noch was auf den Kopf kriegt. Ich möchte noch mal zu den Medien. Das ist nun meine Profession seit über 50 Jahren. Der WDR hat daraus eine winzige Meldung gemacht. Die Zeitungen in Ostwestfalen berichten über Corona auf dem Vormarsch in Ostwestfalen. Sie machen wieder mit diesem alten, abgedroschenen Thema Stimmung. Über diesen Fall wird geradezu geschwiegen. Und was hat mein Arbeitgeber in meiner Sendung, in meiner Sendung, die ich Jahre und Jahrzehnte lang moderiert habe, gemacht? In der Fußballpause antimuslimische Gewalt. Das ist das große Thema. Eine Riesenmeldung. Antimuslimische Gewalt vor einem Millionenpublikum. Die Einschaltquote ist ja nun durch die Stimmung, die jetzt wieder erzeugt ist, gegen den Willen der Regierung ist ja endlich wieder Stimmung im Land. Aber da machen die, da kann man nur noch heulen. Ein Randthema. Ich erlebe persönlich gar keine antimuslimische Gewalt. An dem Tag, wo dieser Junge totgetreten wird. Und da kann ich nur sagen, ich bin froh, dass NIOS jetzt ja diesen großen Erfolg hat mit dem erfolgreichsten politischen Podcast und Sender. Es reicht langsam. Und da kann ich nur sagen, ich bin froh, dass NIOS jetzt ja diesen großen Erfolg hat. Und da kann ich nur sagen, ich bin froh, dass NIOS jetzt ja diesen großen Erfolg hat.